Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur siebten Ausgabe der Griefer News. Ein neuer Karten-Contest hat gestartet und wird vom TMB-Clan geleitet. Bis zum 31. Oktober muss die Karte vollendet sein. Alle erstellten Karten müssen 6er-Karten sein mit einem Halloween-Motiv, welches mindestens einen Kürbis beinhalten muss. Es dürfen nur 2D-Karten aus Wolle und Teppichen gebaut werden, welche keine anzüglichen FSK-Motive sein sollten. Der Contest findet auf der 1.8 und der Cloud statt. Der Preispool erstreckt sich auf der 1.8 von 225.000 bis über 1.000.000 Dollar plus Ginsböller und auf der Cloud von 75.000 bis 300.000 Dollar und Kosmos Geheimblume. Am 31. Oktober ab 18 Uhr wird das Event auf dem Twitch-Kanal von Renzifer live gestreamt. Genauere Informationen zum Einreichen der Karten oder zu den Gewinnen finden Sie im Forumsbeitrag unten in der Videobeschreibung. Die erste Miss- bzw. Mr. Griefer Games wird gekürt. Dieses Event wird eine Mischung aus Skin-Event, Rätsel- bzw. Quiz-Show und einer Talentschau werden. Beim Skin-Event werden 3 Skins benötigt, ein Alltagsskin, die Abendgarderobe und ein Halloween-Kostüm. Bei der Quiz-Show wird es Fragen rund um den Griefer Games-Server geben. Die Talentschau fordert ein beliebiges Talent, welches vorgeführt bzw. bei längerer Dauer aufgenommen werden kann. Der Preispool beträgt 10 Millionen Dollar, wovon es 5 Millionen Dollar für den ersten Platz gibt und eine kosmetische Krone für Labby oder Mystery-Mod. Das Event wird am 28. Oktober auf dem Twitch-Kanal von Charlotte und WWTV live gestreamt werden. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.